Jo, heyo Leute und herzlich willkommen zurück zu Watch Dogs Und, oh, warte, so müsste es sein Und, ne, nicht so, Mist So, und, so, genau, so, zack Und dann können wir das hier durchlassen So, und, zack, und, zack Alles klar, gut, wir sind hier drin Und dann können wir natürlich das hier hacken Oh, und jetzt kommt irgendein Filmchen Alles klar, okay Das Ach, da hinten, okay Da hinten Okay Ah, die Kamera muss ich nutzen So, Video beenden Ich muss nämlich das hier entriegeln, da hinten So, und schon habe ich dieses Gebiet hier freigeschalten Mann, Mann, Mann Sehr schön Okay Gut, wir haben die Wards freigeschalten Und jetzt, äh, Leute Müssen wir Jetzt müssen wir, ähm Was, wen habe ich jetzt Äh, warte mal Jetzt müssen wir, wir müssen ja Dort unten hin Da Da müssen wir Da wollte ich ja schon die ganze Zeit hin So, einfach ab ins Auto Und jetzt, let's go So Auf was soll's Der Typ soll aufpassen Und nicht immer auf sein Smartphone gucken Meine Güte So So Wow Und let's go So, dann drehen wir wieder hier Wow Aber Der geht doch einfach aus dem Weg Mensch Ach, diese Autofahrer immer Das ist ja schlimm hier Ne Oh, hier ist irgend so eine Ruine Oder Oh, sorry Tut mir leid Aber du stehst im Weg Das war ein Auffahrunfall Der feinsten Art So Wui Jetzt komme ich in ein Gebiet In dem Waren wir, glaube ich, noch Nie Da bin ich mal gespannt Wie es da aussieht Und ich hoffe, dass wir dann Niki befreien können Das ist ja das Eigentliche Ziel Die gute Niki muss befreit werden So Brandon Dogs Heißt dieses Gebiet hier Ich habe gerade Wards freigeschalten Okay Na dann Wow Ja, ist ja gut So, mir geht es immer hier alles zu lang Die fahren alle viel zu gemütlich Als ob sie keine Hobbys hätten Ja, ja, ja So Let's go Wui So Oh, es hat mir gerade einer auf dem Handy geschrieben Kleiner Moment Bitte So Und weiter geht's Wow Ups So Oh oh So Und Och Ach, halt Ich bin schon vorbeigedüst Okay In diesem Gebiet hier Befindet sich Niki Oder was Dieses Gebiet muss ich jetzt freischalten Alles klar, Leute Alles klar Das wird Wird, glaube ich, witzig Weil es einfach dasselbe ist, was wir In der letzten Folge gemacht haben So Ich will immer noch wissen, wie ich diese Granaten hier Benutzen kann So, warte mal Oh, da ist ein Sniper Was Ups Hä, was Lol Einfach ein Sniper Ich will das mit der Splittergranate So, okay Gehen wir jetzt mal hier rein Und laufen mal hier hinten rum Der Sniper muss ausgelöscht werden Das steht fest Der ist weg Oh oh Tschüss Okay Lage checken Ich brauche Hilfe Ich brauche Hilfe Ich brauche Hilfe Ich brauche Hilfe Sag mal Mann Jetzt kommt ein Auto Toll Da kommt ein Auto Wieder angedüst Eigentlich bin ich hier Total sicher Was Wie ich schieße jetzt Ist blöd, wenn die von zwei Seiten kommen Egal Warte mal Kümmern mich kurz um den da Hallo So, der ist weg Wann kommen die da vorne rein Hallo Tschüss Komm jetzt her Schneller Tschüss Von wo Hä Junge Achso Sag mir das doch Dass da ein Fenster ist Meine Güte Boah Okay Leute Hat der mich jetzt erschreckt Hier Hier ist auf jeden Fall Einer ums Eck Sniper ist weg Das ist gut Zwei Leute sind noch da Der eine kommt jetzt rein Oh Mann Oh Mann Tschüss Okay gut Einer ist noch da hinten irgendwo Aber keine Ahnung was der macht Oh doch da Lol Der taugt Okay der taugt anscheinend nichts Ich muss hier hin An diese Stelle Achso warte mal Ich muss da unten den da erstmal hacken Genau Dann muss ich jetzt da oben rein Okay wie komme ich da am besten rein Muss ich da irgendwie hochklettern Es ist nur einer Mann Hallo Lass mich doch da hochklettern Egal da hinten ist eine Treppe Okay Dann können wir hier lang So Okay da ist noch dieser eine Sniper Jawohl er ist weg So sehr schön Dann können wir das hier entriegeln Oder eindringen eben So Okay Wir sind hier Müssen zack zack machen Und Zack Zack Pam So Hä Achso Und das da drin Zack Sehr schön Okay ist immer hier wieder drin Kamera bitte aktivieren Und dann können wir das hier entriegeln So Leute Wieder was freigeschalten Sehr geil Sehr sehr schön Okay Bin drin Jetzt Racine Finden wir raus Was du über Niki weißt So wo muss ich jetzt hin Hier hin Okay Lol Mal sehen wo das ist Hab dich Robert Racine Alles klar Gut dann Let's go Würde ich sagen Aber erstmal wieder auf die Straße kommen Oder ich nehme mal hier wieder so ein Auto einfach Ne Das andere da hinten ist glaube ich schneller Oh das da gefällt mir besser So Ist doch so geil Okay das andere wäre eh dasselbe gewesen Ups So Dort möchte ich natürlich hin meine Freunde So Let's go Braucht das CTOS einen Reboot Das Rathaus ist bemüht die Probleme Mit dem CTOS Netzwerk herunterzuspielen Obwohl zahlreiche Berichte über Systemfehler aus der ganzen Stadt vorliegen Ja Wo So Boah Ich will jetzt mal keinen Unfall bauen So Bis jetzt hat es ja gut geklappt Hier längs Dort längs So Wow Das war nice Wow Auu Wow Okay Hier muss ich anscheinend hin Wirklich Alles klar Hier wurde einer von Damien angeheuert Robert Racine Ich fange mit dem Besitzer an Und arbeite mich nach unten Bleib cool Nicht den Kopf verlieren Okay Das heißt ich darf jetzt hier wieder ein bisschen metzeln Finden sie den Zugangscode Zu Racins Büro Büro Okay Machen wir Ist ja schnell erledigt Hier wir machen mal die Tür auf So Machen Tür zu Machen wir da oben ist eine Kamera Jetzt checken wir hier erstmal die Lage Machen wir erstmal das da Können den ablenken Den können wir auch ablenken Dann machen wir das Tor wieder auf So Äh Aufzug Was Was sind denn hier alle Typen Ich will jemanden hier in die Luft jagen Okay Jetzt sind sie alle abgelenkt Okay der ist down Die haben mich noch nicht entdeckt So Hier da vorne kommt gleich einer So Alter 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 Das ist wieder so ein hässlicher Wächter Verstärkung gerufen Geil Hä Wer schießt denn jetzt WTF Hallo Och man Mann Alter Boah Alter Dieser Gepanzerte Wächter Der ist ja echt der Hammer Der ist echt ein bisschen krass Jo Der Typ ist halt heftig What the fuck man Kann dieser Felsack jetzt nicht mal sterben Alter Alter Der hält halt viel zu viel aus, der Penner. Lauf! Lauf! Mann! Alter! Alter Schwede, ey! Mistviehig! Ja geil, hier kann ich nie irgends in Deckung gehen! Drecksack! Drecksack! Schnell! Schnell! Alter! War glaube ich die beste Taktik. Wow! Tschüss! Alter, ich hab den getötet, jawoll den Gepanzerten! Noch einer lebt! Boah, Leute! Es ist mal wieder so heftig, aber es macht so Spaß! So! Boah, jetzt kann ich gechillt hingehen und dieses Teil hacken! Mann! Mann! Okay, wie komm ich da am besten hoch? Ach, da kann man hochgehen! Okay, schön! Puh! Ab rein und hacken! Okay! Jetzt kann ich hier rein! Der Computer! Ich hack die Kameras durch den Computer! Okay! Wer ist das da? Robert! Schön dich zu sehen! Wir hacken den mal! Ja! Jo! Will der jetzt abhauen! Du verdammter Wichser! Dich lass ich nicht entkommen! Wartel Teufel! Was WTF?! WTF?! Auch wenn das keine Absicht war! Das war richtig geil! Heftig, Leute! Wo muss ich denn hier hin? Boah, die Musik ist gerade mega nice! Komme ich hier raus? Nee, irgendwie nicht! Schade! Muss ich da hinten rum! Boah, Leute! Dieses Spiel! Es macht so Spaß! Ja, Zielperson außer Reichweite! Ich weiß! Ich laufe doch jetzt gerade in die Richtung! Ficken Sie endlich jemanden hier raus, okay? Das wird gemacht! Ja, was ist denn da? Geil! Zielperson entkommen! Ich musste doch da erst rauslaufen! Hallo? So! Der lebt halt noch! Warum lebt er noch? Warum lebt er noch? Ja, was ist das? Warum hat das vorhin so gut geklappt? Mann! Jetzt hat es geklappt! Wow! Shit! Okay, hier kann ich raus! Ab ins Auto! Los! Da ist er! Alter! Let's go! Das Auto ist scheiße zu fahren! Aber den Typ hole ich mir jetzt, ne? Der kann ein schlechtes Auto fahren! Ja, geil! Alter! Ach so! Jo! Entkommen Sie der Verstärkung! Okay! Gut! Okay! Das ist uns gelungen! Nice, Leute! Noch der Verstärkung entkommen! Sorry! Oh! Zivilisten getötet! Ja, Mensch! Müssen Sie da auch immer im Weg rumlaufen! Boah! Ich werde hier verfolgt! Was soll ich denn machen? So! Und! Jo! Nice! Bin drüber! Tja! Tja! Jetzt sollen die mir mal hinterher kommen! Natürlich sehe ich nichts! Dann wo ist das? Jawoll, Leute! Wir haben's geschafft! Jetzt nur noch außerhalb von dem Kreis gehen! Hier kommt massig Hilfe, Jungs! Was? Massig Hilfe! Haltet die Schnauze! So! Wir haben's geschafft, Leute! Geh weg! Das macht keinen Sinn mehr, Leute! Boah! Leute! Heftig! Dich! Verarsch mich nicht, Aiden! War ich nicht deutlich genug? Lass die Finger von Jackson! Ja, was das angeht! Ein Angestellter war etwas überheifrig! Dein Neff ist nicht auf meinem Radar! Aber wenn du wieder eigene Wege gehst... Hol meine Schwester ans Handy! Hör mal! Glaubst du, du hättest hier was zu sagen? Du sprichst mit Niki, sobald du etwas Nützliches für mich hast! Folge der IP-Adresse und wir reden! Im Moment verschwendest du nur Zeit! Okay! So, Leute! Wer euch die Folge gefallen hat, Daumen nach oben! Bis dann und tschüss!